Guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, keine Ahnung, seid gegrüßt von Minecraft. Man sieht, ich stehe jetzt woanders. Ich habe die Aufnahme letztes Mal beendet, nämlich von dem Punkt aus. Jetzt stehe ich hier, habe mir das vorbereitet, habe meinen Inventar kurz leergeräumt. Ich habe mal kurz hier ein bisschen was zurechtgelegt. Mein Werkzeug habe ich repariert und jetzt stehe ich auf der Seite, ist der Seite, weil ich hoch, egal, weil ich ja das letzte Mal gesagt habe, ich will dir, der Berg hier stört mich. So, getan, der Berg kommt weg. Ganz einfach. Berg. Leiser hier. Die Erde wird jetzt ein bisschen laut hier, der kann jetzt sein. Ich spiele es auch ein bisschen leiser, glaube ich. Geräuche, Samtlautstärke. Wirklich eine Leiste hier. Das hier. So, kann ich nämlich hier. Ich tröne gerade dann wie ich will, das stört dann echt gar keinen. Ähm. Und zwar, ja, der Berg stört mich. Der Berg passt überhaupt nicht hier rein. Hier hinten ist alles voller Wüste. Huch. So. Du siehst hier vorne alles voller Wüste. Hier ist Wüste. Hast du hier so einen Dreckklumpen hier kleben? Sieht überhaupt nicht gut aus. Das gefällt mir nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich mache das jetzt hier den Dreckklumpen auch schon mal kurz weg. Was ich da hinbauen werde, weiß ich noch nicht. Ich habe es nämlich vergessen. Ich hatte einen Plan. Und dieser Plan geht nicht auf. Äh, weil ich es eben vergessen habe. Ich hätte mir vorher die Sachen überlegt und jetzt, ja, alles weg. Ich habe alles vergessen. Ja. Ich weiß noch nicht genau, woran es liegen soll. Ähm, weil es ist auf eine Uhrzeit. Ich habe nämlich gerade 1 Uhr. Nachts bei mir. Deutsche Zeit. Und Sommerzeit noch. Und ja. Äh. Warum sitze ich jetzt hier? Äh. Ich könnte ja schlafen gehen, aber würde ich nicht schlafen. Schon mal Punkt 1. Ich würde nicht schlafen wie mir jetzt ins Bett legen würde. Deswegen, äh, sind sie jetzt hier. Ich hätte auch was anderes spielen können. Hätte ich, äh, aber keine Ahnung. Warum ich es nicht tue. Ich wollte hier meinen Plan durchziehen und ja, habe einfach vergessen, was ich machen wollte. Deswegen, ich hoffe jetzt einfach, ich baue den Berg hier ab und weiß dann wieder, was ich machen wollte. Vielleicht danach alles wieder mir einfällt. Oder vielleicht doch, wenn ich wieder eine spontane Idee kriege. Darauf hoffe ich jetzt gerade einfach. Ich bin ein bisschen fertig. Uh. Ähm. Ziemlich wenig gezockt heute. Hahaha. Ja. Der wird zwar gut. Und ich bin halt. Ich bin müde. Auf jeden Fall. Da hatte ich gerade wenig. Ich habe gerade noch ein bisschen was gegessen, weil ich Hunger hatte. In der Nachtimbiss. Äh. Aber ich bin trotzdem irgendwie schon fertig. So ist das nicht. Es ist nicht einfach. Jede Nacht hier um die Uhrzeit zu sitzen. Ich bin trotzdem irgendwie. Klar, man gewöhnt sich irgendwann dran, aber. Sonst würde man sich nicht dran gewöhnen. Und zweitens. Ich weiß es nicht. Es ist einfach so ein komisches Gefühl. Jede Nacht hier zu hocken. Ja. Ich bin so froh. Ich habe heute. Ich habe heute Kreative was gespielt. Ich bin so froh, dass es hier so einfach geht. Also. Es ist so schnell. Es war so schlimm. Ich habe Kreative was für fünf Bäume. Das Laub weggemacht. Also abgeerntet. Ab. Was auch immer. Wenn man es Sinn mag. Es hat 40 Minuten gedauert. Ja. Ich habe 40 Minuten dann da gehockt. Ja. Einfach nur Laub entfernt. Weil es nicht vor einer Leine verschwindet. Es war so ätzend. Dann habe ich es noch gemacht. Ich habe Eisenerz zu Eisen gemacht. Und Obsidianerz zu Obsidian. Es hat eine halbe Stunde gedauert. Eine halbe Stunde gedauert. Da gesetzt. Man kann sich alles gleichzeitig reinmachen. Nein. Man muss ja immer so Stück für Stück was da reinmachen. Also stehst du praktisch die ganze Zeit davor. Machst dann irgendwas nebenbei. Und denkst. So scheiße. War es eine halbe Stunde? Ja. War es eine halbe Stunde. Und zwar. Klar man hätte nebenbei was machen können. Das wäre nicht ein Problem gewesen. Aber. Hier dann nebenbei. Wie heißt es machen können. Das Laub schon mal wegmachen können. Aber naja. Vor allem. Ich habe mal so ein bisschen geguckt. Schau mal. Was waren. Tausend. Tausend. Vierhundert. Blöcke. Laub. Ich bekommen habe. Ja. Tausend. Vierhundert. Blöcke. Die ich da abgeerntet habe. Und warum. Weil es nicht von alleine. Abfällt. Aber erntet. Ja. Weil es nicht von alleine verschwindet. Wenn ich ein Baum weg mache. Tausend. Vierhundert. Vierhundert. Verkackte. Blöcke. Wenn ich das hier mache. Dann brauche ich fünf Scheren. Und das dauert. Zehn Minuten. Zehn. Leicht. Das ist aber schneller. 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 Auf jeden Fall schneller. Das ist. Wow. Der müssen. Das müssen sich jetzt überlegen. Das müssen sich verbessern. Weil sonst. Ne. Ist das echt. Boah. Du erheckst. Einfach nur. Ne. Mit dem Eisenerz. Und so. Und das Ehrenerz. Das ist so. Da zu dem. Geweiligen. Ähm. Ding machen. Ist gar kein Problem. Was eine halbe Stunde dauert. Ist okay. Was mit dem Laub. Das geht gar nicht. So aber genug von Creativerse gesprochen. Genau bei Minecraft. Zu der Geschichte. Oldschool Version. Wie sieht es komisch aus. Wenn ich hier so umschwinge. Ähm. Ja. Was mache ich jetzt. Auf die Seite. Ich finde. Mir wird immer auch. Die Seite. Wie hoch. Wie die Seite ist. Vielleicht passt das halt. Dementsprechend. Hier alles an. Mache dann. Von dort aus. Nürnbrück. Hier rüber. Und. Baue hier noch. Irgendwas. Großartiges hin. Ich weiß es nicht. Oder. Äh. Ich mache einfach nur. Eine schönere Landschaft hin. Weil es kann. Weil es. Bei dieser. Heute. Dreckklumpen. Der passt da. Passte einfach nicht rein. Das war ja. No go. Deswegen. Ähm. Einfach mal. Bauen wir das. Hier um. Schöner aussieht. Also. Auf die Seite. Hier auch was. Tolles drauf. Ähm. Oder. Ich mache einfach nur. Eine schönere Landschaft raus. Und. Weil. Ich weiß ja schon. Dahinten. Nicht mehr wirklich. Was ich bauen soll. Stein. Bauen soll. Wenn ich überall. Hier. Genau wie hier. Überall so Boden. Sätze. Etc. Das reicht ja nicht. Da muss ja noch irgendwas drauf. Auf dem Boden muss noch was drauf. Ich weiß halt nicht was. Klar. Ein paar Bänke. Ein bisschen ein Tisch oder so. Keine Ahnung. Irgendwas. Aber. Puh. Es fällt mir schwer. Muss ich ehrlich sagen. Es fällt mir schwer. So was kreatives drauf zu pflastern. Kein Problem hat hier irgendwie. So. Ähm. Improvisiert. Hier. So Bohnenläde zu setzen. So. Oder sonst irgendwas. Aber dann. Diese. So Einrichtungssachen. Kriege ich überhaupt nicht geregelt. Das ist echt. Ähm. Ja. Also soll ich überhaupt. Einfach nicht hinkriegen. Äh. Ich hab's ja in dem Glashaus. Habe ich das ja. Habe ich da ein paar. Sitzgelegenheiten. Und Tisch. Etc. Ordentlich super gut gelungen. Muss ich sagen. Da steht auch ein Schrank. Äh. Auch nicht gut gelungen. Also. Ist halt so ne Sache. Kommt dann immer drauf an. Deswegen. Ja. Einfach mal schauen. Setzt man da irgendwas ein. Oder vielleicht hör ich das schon vorher wieder auf mit Minecraft. Ich werde ne Minecraft Pause einlegen. Weil ich erstmal die Schnauze voll habe. Wohl so gesehen. Ein bisschen schade wäre. Um die Welt. Die Welt existierte jetzt schon. In 1.5. 1.5. 2. Und. Wird auch schon einiges passiert. Hat zwar nie wirklich richtig aktiviert. Wie außer ganz am Anfang. Aber. Aber. Aber trotzdem wäre es schade. Wäre einfach schade. Ja. Ja. Und. 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 Auch so. Der Metara ist von den Ewigkeiten voller. Interessiert mich nicht. Boah ich brauche das ganze Zeug eh nicht. Habe. In dem Lagerhaus so viele Steine und so viel Erde drin liegen. Diese interessiert mich überhaupt nicht der Scheiß hier. Erst damit anfängt zu leggen. Weil hier so viel Zeug rumliegt. da fängt es mir an mich zu interessieren vorher nicht die berge bleiben einfach das prinzip ist es wüste das muss bleiben weil auch schon so auch was es bleiben wie der berg da an der berg bleibt ja auch einfach jetzt einfach nicht schlecht aus wie du da einen wüstenberg hast und halt erde darauf und der weg darauf ist halt schnee weil es halt so gelegen ist es ist ultra nice ich weiß aber nicht wie weit ich jetzt noch runter gehen muss auf einer höhe mit dem dort zu sein also ich will überhaupt eine folge überhaupt nicht interessant wegen diesem ganzen abgebau etc ok ich bin auf blockhöhe 70 kann einiges werden 68 ne wow sogar höher 71 ist das hier also auf 70 das heißt ja nun ist alles weg als er hatte da war der zu weg kratern würde ja das hier eine hülle drin aber scheißegal und ich kann ja ich weiß gar nicht wie ich es mache wenn ich auf den höchsten block drankomme ist das wurscht so ich kann jetzt hier nicht weitermachen war dann so weiter so jetzt hier rüber rattern also jetzt mal kurz hier den weg entlang ich versuche halt immer die möglichkeit zu finden um das irgendwie ein bisschen zu beschleunigen ich bin einfach der meinung bin dass ja was ich mache ist alles dasselbe er ist immer dasselbe sage ich doch ich habe schon ein bisschen langweiner gehört aber dazu muss ich sagen Aber guck mal ob wir die Uhr nennen, wir haben jetzt 1.10 Uhr, also da kann man nur durchdrehen. Puh, die Augen sind schon ein bisschen am leiden, natürlich bei Minecraft leiden alle Augen. Scheiße, bum 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 bum, die gehen so voll schnell weg, die Sandsteine, warum geht Sandsteine so schnell weg? Das ist der normale Stein auch noch, ich weiß nicht wie viele Steine hier rumliegen, von oben liegt ja auch noch verdammt viel, glaube ich, oder ist schon dicht bei ordentlich, keine Ahnung. Das leckt ein bisschen durch die ganzen Blöcke, die auf dem Boden liegen. Muss ich sagen, das hätte ich alles in Grenzen, das freut mich am meisten. Äh, die Frage ist, wie marscht das dann, ich baue natürlich dann auf den Stein drauf, weil man irgendwie da, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, bin mir noch nicht sicher. Ich bin gerade mit mir Gedanken ganz woanders, wenn ich ehrlich bin. Wenn wir Gedanken gerade, wer schaut so vor, wer der ESL, einfach nur unnötig ist. Achja. Einfach interessant, ne? Das ist... Wow. Wie kann ich mir sagen sollen? Ähm... Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir langsam heiser werden, weil ich heute auch viel geredet habe. Vor allem, weil ich ja sechs Folgen Kreativors aufgenommen habe. Dann habe ich viereinhalb Stunden lang Shorts auch vorgespielt, mit meinem Team. Viereinhalb Stunden lang durchgehend geredet, praktisch. Und dann... Ja, viereinhalb Stunden... Äh... Da geredet. Dann noch eine Stunde unterhalten. Ist nicht gerade wenig. Äh... Dann... Jetzt hier... Mal versuche zu reden. Also... Ich versuche es wirklich. Also... Wir sind jetzt hier wirklich dabei versuchen. Da ist Tur, da ist Kann, da ist... Wild, also ich versuche es einfach. Es ist einfach... Wow. Dann denkt man sich... Wo ist denn jetzt auch? warum denn jetzt Minecraft? Du! Genau du! Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hatte einfach vor meine Idee hier zu ver- wirklichen sag ich jetzt mal oder zu einzubauen. Aber die Sache dann vielleicht hab ich die Idee vergessen. Deswegen ist das gerade irgendwie... Ja, keine Ahnung. Ich hab meine Idee vergessen, die ich machen wollte. Jetzt bin ich gerade einen Block zu hoch, merk ich gerade. Das ist das kleinste Problem gerade. Deswegen jetzt zack. So. Was für die Schaufel schonmal alles erledigt. Hast du schon alles erledigt? Hast du schon alles erledigt? Hast du schon alles erledigt? So ungefähr läuft das dann. Nice. So. Auch noch die Spitzhacke hoffe ich, denke ich. Dann... Cutten wir mal hier. Ja. Genau. Das dauert nämlich am längsten. Also wenn das auch hier so schnell gehen würde. Mit der Erde. Wow. Wäre ja verwirklich gewesen. Spielt. Das wir hier jetzt einen Cut machen. Weil wir jetzt schon die Mutmark erreicht haben. Aber... Wir machen mal kurz den hier. Pfff... Hier ist noch viel. Definitiv zu viel. Aber wenn man sich hier drauf stellt, sieht man schon einen Unterschied. Mit diesem Blick verabschiede ich mich jetzt diesmal. Letztes Mal war es... Der Blick. Jetzt ist es der Blick. Und ich sage dann... Ja, danke für die Lernung bei den 20 Minuten. Bis jetzt 21 Minuten. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und damit sage ich...